Noch was. Und weiter geht's. 3, 2, 1, go. Text vergessen. Die Spiele sollen immer gern klavier, doch so Noten lesen fand ich's wär. Hau dies in die Tassen dann, leid das Sieb, leid das Sieb, leid das Sieb. Ich hab' besucht, mir ein Brot zu sinieren, doch die Buttermassel hat gefroren. Sie fiel mir runter, das ging leid das Sieb, leid das Sieb, leid das Sieb, leid das Sieb. Und weg. Wie bei den Vögeln, über den Käfig. Und schon ist Ruhe. Und wie ging das jetzt weiter? Das hat doch gar kein Refrain. Leid das Sieb, leid das Sieb. Gorni, das geht piepipapa piepapapa piepipipapapa. Was? Ach, das ist das Falsche. Das können wir jetzt gleich, das machen wir jetzt gleich. Und wieder kommen sie rein. Demnächst links abbiegen. Nee, rechts. Nee, links. Ach, komm. Ich weiß es nicht. Es war einmal ein Lavi, das kannte sich nicht aus. Und führte unser Auto zu einem falschen Haus. Die Tür standen offen. Dann gingen wir hinein. Und stellten letztlich fest, wir sind hier nicht daheim. Oh, Nabi, kennst du ihn nicht aus? Wir sehen, das ist nicht unsere Küche und auch nicht unser TV. Bevor das Jugendamt sich meldet, wir haben denen nichts gegeben. Oh, Nabi, kennst du dich? Ich spring schon auf der Couch. Wie die Lea. Ich spring schon auf der Couch. Ist aber auch... Quatschweiser. Okay, das war's. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Mehrmals hin.